Wer verrät uns die Wahrheit? Wer verrät uns die Wahrheit? Wahrheit erfunden durch Lug und Trug, dann sind die Lügner endlich wieder am Zug. Viele erkunden den Selbstbetrug, wer hinterfragt, braucht sehr viel Mut. Ist das gut, ist es böse, ist es Mut, das Getöse, in der Kut zu lachen, wieder Mut zu machen. Wer verrät uns die Wahrheit? Sind wir in Wahrheit nicht schon längst verraten? Wer mischt die Karten? Vermischt sie mit Warten, jeden Tag wieder neu. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020